Atlassian hat nun auch im Jira Workmanagement Bereich eine Premium-Sektion eingeführt. Was das bedeutet und welche Features euch jetzt mit Premium zur Verfügung stehen, das schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Beginnen wir bei den Overviews. Die in den letzten Monaten neu dazugekommenen Overviews, die euch einen projektübergreifenden Überblick bieten, sind nun Teil des Premium-Pakets. Weiter geht's mit den Automatisierungen. Während ihr im Standardplan nur 500 Automationen pro Monat ausführen könnt, bietet der Premium-Plan 1000 Automationen pro User pro Monat. Außerdem gehört zu Premium jetzt auch die Import-Funktion, mit deren Hilfe ihr Projekte aus anderen Projektmanagement-Tools direkt in Jira importieren und einrichten könnt. Auch haben sich die Support-Seiten den verschiedenen Plänen angepasst. Während ihr im Standardplan einen 9-to-5-Support habt, genießt ihr im Premium-Plan 24-SIM-Support von Atlassian. Ihr nutzt bereits Atlassian Cloud Premium oder Atlassian Together, dann werdet ihr automatisch in Jira Workmanagement auf den Premium-Plan aufgestuft. Das war's auch schon mit den News rund um das Jira Workmanagement Premium-Paket. Wir sehen uns beim nächsten Mal.